Mit den Kleinen sind wir begeistert. Da freuen wir uns. Schön, dass Sie hier sind, liebe Zuschauer. Alles, na lo! Das war die Nummer 13! Das war die Nummer 13, liebe Zuschauer. Oh, ja, das war hier, ja. Peter Rohle, hörst du nicht? Es sind noch einige Kiddies unterwegs. Auflage des Rue Cups, des Kia Rue Cups. Jetzt in der zweiten Wiederholung, letztes Jahr war der Start. Mit Musik, mit Ihnen, mit den vielen Zuschauern, mit den Sponsoren, mit den Helfer, mit den Helfer, mit den Helfer, mit den Helfer. Das war eben ein Signal oben an den Rückensteiner Stern, wo der Start erfolgt Peter Rohle. Mein Kollege am Mikrofon, den ich dir auch vorstelle. Mein Name ist Anthony Abens. Peter Rohle ist ein Rückensteiner Stern. Das sind doch voll schöne Dinger. Schauen Sie sich das an. Appladieren Sie! Das ist die Zukunft, die hier schon in der Tat ist. Ein Stück von den Helfer. 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 Gleich. Wir sind wie eine außerhalb dieser Region. Ein Stück von den Helfer. Wunderschön,iels liquidiert. Fantastik und Finale! Ich bin der Turm, auch wenn er sein kann hier, hier im ersten All! Da ist das Ziel, wir verlassen! Einer Platz in Nummer 5! Ich habe nicht gar keine Finale eingesetzt, sondern bin einfach das Lassland benutzt! Generekt! Oh, guten Tag! Schauen Sie sich die Teste an! Da sind die Teste, die Tiere! Fantastisch! Ja, die Seite! Gleitere Teste, der Bevorragung wieder zuerst! Schauen Sie sich die Teste an! Gleitere Teste, die Teste, die Teste, die Teste ... Jetzt habt ihr aus an diese beiden, meine Damen und Herren, die wir haben sie verdient. So meine Damen und Herren, das ist der letzte Teilnehmer, die letzte Teilnehmerin, jetzt einen Applaus hier von ihrer Seite. Und er packt mir wirklich sein hände in die Karriere. Zwei, wie heißt der denn? Wieden, zwei, der Mann, der mit uns sechste, geht den nächsten 10 Meter noch so far. Auch du, jetzt das Final hier. Auf der Rüte noch fünf Minuten, dann noch vier. Dann lass das Ziel erreichen. Yes, du Sieger!